Lieber Professor, ich heiße Chen Jun Yi, jetzt 17 Jahre alt. Seit Jahr 2015 habe ich Gitarre-Lernen angefangen. Ich fange mit der Dütten von Suo und KKC an. Spiele ich meiste Zeit den klassischen Gitarre-Programm wie Suo, Giuliani, Tarika und Philharobos. Liebe ich die Musik aus klassischer Epoche, ich habe viel Lust auf Wiener klassische Musik, so dass möchte ich in Deutschland die Musik studieren. Nach dem Studium möchte ich zurück nach China um Gitarre zu lernen. Die zweite Etüde von Philharobos. Die erste Etüde von Philharobos. Die erste Etüde von Philharobos. Musik Paludium Nononoi vom Bach 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 Musik Musik I'm in Los Tiagos von Rodrigo Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020